Ho! Hi! Da seid ihr ja schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge CreateCities. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, ich habe gerade aufgeräumt. Und zwar habe ich hier die Steam Engine, die wir gebaut haben in dem Raum, habe ich einmal ein kleines bisschen umgebaut. Das ist aber weiter nicht tragisch, denn das passt perfekt dahin zu dem, was wir heute machen. Also, los geht's! In der letzten Folge haben wir ja den Crop Tower da oben gebaut. Und hier unten läuft die Produktion auch super. Ich habe den befüllt. Jetzt baut er glaube ich gerade oben... Jep! Da oben sind Kürbis und Melonen angebaut. Deswegen stand er gerade. Der wandert jetzt hier gemütlich einmal rum. Und dann geht es gleich hier mit der Steam Engine weiter. Denn den Crop Tower haben wir ja nicht ohne Grund gebaut. Aber bevor wir da ans Eingemachte gehen nach da unten. Liken, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Wäre sehr geil. Und los geht's! Und da hat der Crop Tower gerade hier vorne entladen. Wunderschön! Falsche Richtung! Jetzt sind gerade die Förderbänder leer. Aber warum habe ich das hier überhaupt so gebaut, wie ich es gebaut habe? Das möchte ich euch jetzt erklären. Also, der Crop Tower hier. Hier oben die zwei Ebenen mit Weizen, Zuckerrohr. Wenn ihr hier gleich wieder rumkommt, wird hier das Zuckerrohr ausgeleert. Das geht hier in den Andesitrichter. Hier geht es innerhalb durch den Mahlstein durch und wird zu Zucker. Das Weizen geht hier aus dem Messingtrichter raus. Ich habe hier noch eine zweite Weizenverbindung zu der Kuhfarm, Steakfarm, Weizenfarm hochgelegt, dass ein bisschen mehr Weizen um die Ecke kommt. Und hier gehen immer zwei raus. Zwei hier, zwei da. Und die gehen hier in die Mitte, hier in das Becken und werden dann dort mit dem Samenöl zu Biomasse verarbeitet. Und gleichzeitig, hier auf der anderen Seite, werden hier die Weizensamen ausgesondert, also aussortiert, rausgezogen. Und die gehen dann gemütlich hier in das Becken und werden über die Presse zu Samenöl. Ja, gestanzt, gestampft, wie auch immer. Das Samenöl, da habe ich hier zwei Pumpen. Das geht einmal runter zu dem Blazeburner. Man sieht ihn relativ schlecht, aber der hat einen Strohhalm drin, deswegen kann er direkt mit dem Samenöl gefüttert werden. Und hier in das Becken, da geht es hier hinein, damit die Biomasse produziert werden. So, der mechanische Arm hier oben, der hier an der Decke klebt. Der nimmt sich Aschemehl, Zucker und die Biomasse, sobald sie da ist, und tut sie hier in dieses Becken. Und aus diesem Becken, ich habe es ein bisschen laufen lassen, wird, ihr seht schon im Flüssigkeitstank, Bioethanol. Und den brauchen wir gleich. Aber vorher nochmal schnell erklärt, wie das hier mit dem Aschemehl funktioniert. Ich habe hier hinter, das sieht man jetzt relativ schlecht, hier hinten habe ich einen kleinen Miniatur-Cobblestone-Generator. Der Bruchstein wird hier nach vorne in das Becken gebracht, mit Aschemehl verbunden und wird zu Netherrack. Dieses Netherrack wird hier rausgezogen, geht durch die Crushing Wheels. Ähm, da war der Magnet noch an, ich glaube es ja nicht. Der sollte da rein. Jetzt seht das auch. Aschemehl plus Bruchstein wird Netherrack. Netherrack wird wieder gecrusht, wird zu einem Aschemehl. Und manchmal hüpft auch noch ein zweites mit raus. Da ist etwas lang geflogen. Da habe ich hier einen kleinen Zwischenspeicher mit Aschemehl eingebaut. Und hier geht es dann wieder zurück und damit kein Overflow entsteht, habe ich das Void-Upgrade in der Schublade drin. Nein, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Zack. So. Aber warum den ganzen Spaß? Ich möchte die Lohnbrenner mit dem Bioethanol superheaten. Und dazu brauchen wir das kleine Zahnrad. Wir brauchen die hier. Wir brauchen diese Pumpe, die wir dazwischen setzen. So, jetzt schauen wir mal wie schnell ich bin. Das weg. Das weg. Die Pumpe dahin. Nein, gar nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Der hier muss dann noch weg. Ja, hier. Perfekt. Zack, zack. Und hier ein Weg. Und schwupps. Sollten die gleich eigentlich superheated werden, aber machen wir es mal manuell. Ich glaube noch nicht. Beziehungsweise ich befürchte, ich muss die einmal neu setzen. weil sie halt noch mit Lava voll sind. Was ja Sinn macht. Nein, das war zu weit. So, jetzt haben wir das. Jetzt noch die andere Seite schnell. Bevor das Server gleich neu startet. Na, da ist ein Rohrpannen gekommen. Das ist nicht gut. Also dann noch was Neues. Hier muss noch ein Rohr hin. Weil sonst wird das nämlich nichts. Und hoch. Schwupps, ist das superheated. Jetzt püpfen wir nochmal schnell rauf. Wie viel Stressunit haben wir jetzt? Aktuell 294.000 können wir haben. Sobald wir noch die extra Dampfmaschinen mit anbauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Server weg. Server wieder da. Dann können wir erfolgreich weitermachen. Denn, wie ihr eben gesehen habt. Oh, jetzt sind wir schon da. Hatten wir eben 277.000 Stressunits verfügbar. Und jetzt mit 18 weiteren, die, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht da aussehen, haben wir 570, 572, 573 fast an Stressunits jetzt. Forever. Denn das Ganze ist selbsterhalten und läuft auf alle Ewigkeit. Sofern uns nicht ausschaltet. So, jetzt gucken wir uns unten nochmal an. Die 18 Blazeburner laufen jetzt sauber auf Bioethanol. Ich lasse das Ganze mal im Dauertest laufen und schaue mal, wie sich der Füllstand vom Tank hier ändert. Aber, mega. Sobald hier vorne der gleich wieder um die Ecke kommt, gibt es wieder ein neues Weizen, das hier vorne wieder weiter zur Biomasse verarbeitet wird. Aber, in diesem Sinne, jetzt wisst ihr, wie man sauber, effizient Biomasse herstellen kann und die Blazeburner superheated, damit man schön viel Energie aus seiner schönen kleinen Steam Engine hat. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!